Sieht man einmal von Internetspezialist Axel Diekmann ab, ist das World Wide Web für die meisten Eudner Selbstständigen Neuland. Dieter Elfers erläuterte deshalb zunächst Grundlagen. Liebe Gäste, Elektronik, Commerz, Internet, www.worldwideweb, diese Begriffe sind heute in aller Munde. Der sogenannte virtuelle Marktplatz Landkreis Verden soll sich als wichtige Plattform für E-Commerce herausstellen. Durch das Internet können auch kleine und mittelgroße Unternehmen ihre Waren weltweit bekannt machen und vertreiben. Gleichwohl sollte sich der Fokus nach wie vor auf potenzielle Kunden unserer Wirtschaftsregion richten. Unser virtueller Marktplatz sorgt dafür, dass die regionalen Anbieter im weltweiten Netz gefunden werden. Insofern profiliert sich ein regionaler virtueller Marktplatz insbesondere durch die Nähe zum Kunden. Nach der Präsentation konnten sich die Selbstständigen an zwei aufgestellten Rechnern selber von dem bisherigen Angebot, das schon seit einigen Wochen online ist, überzeugen.